Heute soll es hier um eine kurze Shop-Info gehen, haut aber davor gerne auf den Abo-Button, danke für euren Support. Falls ihr auch ganz genau diesen Skin schon früher spielen wollt, dann schaut euch mal mein Video von davor an. Vor ungefähr zwei Stunden habe ich das Ganze hochgeladen, ich zeige euch das Ganze mal, ganz genau dieses Video hier. Einfach auch das tun, was ich hier in dem Video tue, dann könnt ihr diesen kostenlosen Skin schon etwas früher spielen und gerne auf den Like-Button hauen, Kuss geht raus und folgt mir gerne auf meinem zweiten Account auf TikTok, denn ich wurde auf meinem Haupt-Account auf TikTok gesperrt für zwei Tage. Ich weiß nicht, ob die Sperre aufgehoben wird für einen Tag oder komplett, weiß ich aktuell nicht, deswegen kommen auf meinem Ferios-Backup-Account auf TikTok jetzt immer die ganzen Videos, die ich auf TikTok hochlade, deswegen gerne, gerne auch da ein Follow da lassen. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn so Neues in den Shop reinkommen wird und zwar am 24. Dezember um 1 Uhr, also an Weihnachten, bekommen wir zwei komplett neue Skins in den Shop. Das waren ja, soweit ich weiß, Konzept-Skins von irgendwelchen Designern auf Twitter, meine ich bin mir aber da gerade nicht sicher und diese Skins werden dann am 24. in zwei Tagen dann um 1 Uhr im Shop reinkommen. Das sind keine schlechten Skins, schauen wir uns mal das Ganze an, wie das im Shop aussehen würde, ganz genau so. Ob da jetzt Spitzhacken dabei sind oder Gleiter, Sonstiges ist aktuell unbekannt, aber was wir wissen ist, dass diese zwei Skins dann in den Shop reinkommen werden. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und tagt auch natürlich gerne meinen Code im Shop ein. Danke auch hier für den Support und dann beende ich hiermit die kurze Shop-Info.